Da vorne ist der Feuerberg, wie Fuchtel Army gesagt hat. Wir müssen nur das strömende Wasser erreichen, dann ist alles gut. Gut? Was meinst du mit gut? Es ist noch lange nicht alles gut. Seht doch mal, Spike hat einen Weg nach unten gefunden. Danke, Spikey. Oh, hallo Ruby und Chomper. Was können wir denn für euch tun? Ist Littlefoot hier? Er ist sicher bei Zera. Wir haben ihn überall gesucht, aber überall wo wir waren, da war er nicht. Also, das hört sich gar nicht gut an. Petri sehr froh, wenn wir wieder verlassen, Land von Scharfzahne. Das dürfte aber noch eine Weile dauern. Oh, Petri schon wieder ganz komisch im Bauch. Komm schon, Spikey. Wir müssen weitergehen. Ich glaube, Spike ist müde, Littlefoot. Ducky, kannst du ihn wach machen? Komm, Spikey. Wir müssen weiter. Wir müssen weitergehen. Ducky. Nichts macht mich so müde, wie fast von einem Scharfzahn gefressen zu werden. Petri tut sehr leid. Wir suchen deinen Papa erst morgen. Gut. Gut. Amen.